So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eigentlich ist heute Dienstag und es sollte das Mewtwo-Gewinnspiel kommen. Das sollte auch schon letzte Woche kommen. Also, wir haben ja ein Mewtwo-Gewinnspiel gemacht, Dienstag Infovideo, Montag wurde ausgelost, fertig. Am nächsten Dienstag wollte ich dann direkt das zweite Mewtwo-Gewinnspiel machen, wo eine Woche Zeit ist, im Montag ausgelost wird. Jetzt war letzte Woche Dienstag irgendwas, ich hab's verschoben auf diese Woche. Diese Woche jetzt ist aber das, weil ich komm sonst wieder nicht hinterher. Jetzt hab ich ja, ich nehm das auf und mach das einen anderen Tag, vielleicht Mittwoch, aber Mittwoch ist ja wieder Raid am Mittwoch. Dann ist ja schon wieder am Donnerstag, ist glaube ich, äh, nee, am Freitag ist Raid-Boss-Wechsel. Dann hab ich aber auch noch ein Dynamax-Video, ein Update, eine aktuelle Lage. Das überschneidet sich alles, also schieb das Gewinnspiel auf die nächste Woche. Ist ja egal, die Spannung bleibt. Die Gewinner wurden ja eh schon mal gelost von den ersten zwei Rüstungs-Mewtwo's. Ich muss eh leveln mit Miku jeden Tag jetzt. Das andere hab ich getauscht für ne Million, jetzt muss ich mit Miku aber leveln, weil jetzt hab ich keine Million mehr. Und was für euch vielleicht wichtig ist, alle anderen hätten vielleicht einen Beitrag einfach nur gepostet. Hey, gib wieder das Ticket, wie letzten Monat, wisst ihr ja, Inhalt ist der gleiche, fertig, aus. Ich möchte aber nochmal ein ausführliches Video drüber machen. Tägliche Poke-Münz-Prämie Teil 2. Letzten Monat gab es ein Ticket, das den ganzen Monat über, äh, geholfen hat, dass man mehr Poke-Münzen bekommt. Man bekommt ja durchs Arena-Setzen seine 50 Poke-Münzen, durch dieses Ticket kriegt man eine zusätzliche, äh, Feldforschung. Jeden Tag eine andere, wo man, wenn man die löst, 20 Poke-Münzen bekommt, zu den 50 Poke-Münzen aus den Arenen. Dazu, man kann also 70 statt 50 Poke-Münzen kriegen, pro Tag, und das macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Ich hab zwischendurch jetzt, als Kyokre und Groudon da waren, mal Münzen ausgegeben, äh, weil ich einfach die auf Level 50 pushen wollte, obwohl ich die ganze Zeit ja die Münzen sammeln wollte, wenn man wieder Go-Fest ist, oder eine Tour, dass man raiden kann mit anderen, wenn man wieder in Gera rumhängt und am Thomas rumspielt, aber... Ich hab das jetzt genutzt, und durch diese mehr Münzen sind die relativ gut und schnell auch wieder zusammengekommen, und ich find das echt gut. Das ist ein Ticket, was mir gegeben wurde, was ich selber gar nicht gekauft hätte. Was mir aber gegeben wurde, und ich find's super. Ich bin gespannt, ob ich's jetzt für den Monat Oktober auch wieder krieg. Gegen die Münzen hab ich nix, und das hat auch noch den Nebeneffekt, es gibt ja auch noch andere Sachen, wie mit, man kann 50 Geschenke öffnen. Man kann 150 Geschenke verschicken. Jeden Tag verschicke ich grad das Maximum sozusagen an Geschenken, und kann gar nichts mehr verschicken, weil schon jeder ein Geschenk hat, aber das heißt auch, keiner geht leer aus. Also es ist ein bisschen Verschwendung vielleicht dann von dem Ticket. Sagen wir mal, du kannst jetzt 150 verschicken, aber nach 50 ist Schluss, und 100 kannst du gar nicht mehr verschicken, weil halt 50 schon haben. Also nutzt du von den 150 nur 50 und 100 gehen ins Leere, aber auf der anderen Seite hast du so, als du nur 100 immer verschicken konntest, so viele, die gesagt haben, wann krieg ich denn mal wieder ein Geschenk, wann öffnest du denn mal wieder bei mir, immer nur rumgejammern, rumgeheule, dass das alles ja bei 400 Freunden oder mittlerweile 450 Freunden nicht jeder immer bedient wird, ist ja eigentlich klar. Aber dieses Ticket hat dafür gesorgt, dass wirklich die Leute alle bedient werden. Wenn ich 50 öffne, öffne ich beste Freunde, bei denen ich lucky wäre, in letzter Zeit wieder gefühlt jeden Tag einen Glücksfreund bekomme, wo ich auf Suche nach Nikrotzma noch 100% bin. Das ist auch cool, weil du kannst jeden Tag einen Glückstausch machen. Jeden Tag siehst du, dass jeder ein Geschenk hat, und alle sind selbst in der Lage, das zu öffnen. Wer es nicht macht, der hat halt Pech. Du kriegst jeden Tag mehr Münzen. Also der ganze letzte Monat hat sich eigentlich richtig gut angefühlt. Vielleicht wird das Oktober jetzt auch so mit dem Ticket. Ab 1. Oktober könnt ihr das Ticket auf jeden Fall erwerben. Das greift aber erst ab 3. Oktober, weil nämlich das von letzten Monat noch bis 3. Oktober gilt. Also bis 2. sozusagen. Und ab 3. dann eben das andere. Ab dem 1. Oktober könnt ihr das Ticket tägliche Pokémon Prämie Teil 2 für die neueste Jahreszeit erwerben. Euch stehen damit eurem Döner-Maximum-Abenteuer nix im Weg. Ihr bekommt eine Bonus-Feldforschung. 20 zusätzliche Progemünzen. Warum das damit dazu gehört, weiß ich zwar nicht, weil von den 20 Münzen kann ich mir jetzt auch nichts kaufen, was mir bei den Dönerkämpfen was hilft. Du kannst ja jetzt Partikel kaufen im Shop, okay. Aber nicht für 20 Münzen. Und die würde ich auch nicht kaufen, weil du kannst ja trotzdem jeden Tag 3, 4 Döner-Rates machen, ohne dafür zu bezahlen. Also, passt. Donnerstag, 3. Oktober. Bis Samstag, 2. November. 5 US-Dollar. Ihr könnt Tickets erwerben, an Freunde verschicken. Wismar. Boni. Tägliche Bonus-Feldforschung. 20 Münzen. Dreifache EP für das erste gefangene Pokémon des Tages. Dreifache EP für den ersten gedrehten Pokestop des Tages. Bis zu 50 Geschenke pro Tag öffnen. Glücksfreunde. Bis zu 150 Geschenke pro Tag von Pokestops und Arenen öffnen. Also, erdrehen. Haben alle schon. Bis zu 40 Geschenke im Itembeutel aufbewahren. Ja. Dann geht nichts mehr. So. Belohnungen für die befristete Forschung. Es gibt eine befristete Forschung auch. Die war jetzt nicht so ausführlich und umfangreich. Das war jetzt einfach nur so. Aber da sind auch 200 zusätzliche Pokémon-Münzen drin gewesen. Nochmal. Zu den täglich 20 gibt es einmalig nochmal 200 sowieso dazu. 15.000 EP und 15.000 Staub. Dann gibt es noch eine Hyperbox im Webstore. Da habt ihr natürlich wieder was. Da kriegt ihr nochmal 50 zusätzliche Pokémon-Münzen, wenn ihr das Ticket euch da holt. Aber das kann ich ja nicht. Und im Webstore kann man nichts verschenken. Also funktioniert das nicht. Das Video ist vielleicht auch total sinnlos. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich möchte meinen Senf noch ein bisschen verbreiten. Ich fand das Ticket im Nachhinein ganz gut. Ich glaube, ich habe sogar das Video gemacht dazu letzten Monat. Holt euch unbedingt dieses Ticket. Denn wenn du 5 Euro bezahlst, um 15 Euro wiederzukriegen, dann ist das ja ein guter Deal. Jetzt ist das lange her, dass ich in der Schule war. Ich hatte zwar immer eine 1 in Mathe von der 1. bis zur 10. Klasse. Aber letztens hat einer drunter gesagt, hä, wer rechnen kann, merkt, dass das total sinnlos ist. Ist das so? Was sagt ihr denn dazu? Ich war begeistert. Ich fand, man kriegt... Hups. Ich finde, man kriegt mehr raus, als man ausgibt. Also, wie wenn du jetzt da Pässe hast und sagst, du kaufst für 10 Euro Pässe. Kriegst aber 30 Pässe. Einzelne würden die viel mehr kosten. Also, meiner Meinung nach geht sich das aus, dass du für 5 Euro mehr als 5 Euro Coins zurückkriegst, die du dann nutzen kannst. Und hast eben zusätzlich diese Boni kostenlos obendrauf. Und hast dann deine EP und deine Forschung und dann anderes Zeug. Wenn das anders ist, dann korrigiert mich bitte. Wenn mein Gehirn mittlerweile so kaputt ist, dass ich nichts mehr raff, korrigiert mich bitte. Ansonsten finde ich das cool. Denk mal, dass das ja im dritten Monat der Season auch noch so kommen wird. Und ich da schön ordentlich Coins machen kann. Vorausgesetzt, jemand schenkt mir dieses Ticket. Und wenn ihr mir das Ticket schenkt, ja, dann kann ich euch auch wieder mit Geschenken bedienen und überhäufen. Also, das ist eigentlich ein Win-Win für jeden so. Aber ihr müsst nicht. Bis Februar ist noch genug Zeit. Ich werde auch aus den täglichen 50 Münzen natürlich Coins sparen, um dann wieder eine Raid-Tour zu machen in Geras Cityhausen. Oder auch nicht. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Habt ihr euch das September-Ticket geholt mit den Münzen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und werdet ihr euch das Oktober-Ticket mit den Münzen holen? Schreibt es doch jetzt mal in die Kommentare. Es schreibt immer keiner was rein. Ich lese immer nur Annette überall. Da kommen wir schon nach Brechreiz. Aber schreibt doch mal in den richtigen Kommentar. Steve O. Jetzt reicht's. Peace out, Vorhauen. Euer Ramses. Und Grüße gehen raus. Piraten.